Hallo, ich bin der Jasmin aus dem Music Store und heute möchte ich euch den Yamaha Reface DX zeigen. Die Wiederbelebung des legendären DX7 Sounds. Untertitelung des ZDF, 2020 Der Yamaha Reface DX basiert auf der gleichen Klangentzeugung wie das Original, nämlich auf der FM-Synthese. Hier haben wir vier Operatoren mit jeweils einer Feedback-Schleife zur Verfügung. Wir haben einen Looper, zwei Effektblöcke mit hervorragenden Effekten, 32 Speicherplätze stehen uns zur Verfügung, die schon mit Werk-Sounds bestückt sind. Der Reface DX ist genau wie die komplette Reface-Serie sehr gut verarbeitet. Die Tastatur lässt sich hervorragend spielen. Die Tastaschieberegler, alles das fühlt sich sehr, sehr gut an. Von der Anschlussseite bietet uns der DX, genau wie die anderen Reface, zwei Ausgänge, also ein Stereo-Ausgang, ein Kopfhörerausgang. Wir haben ein Audio-In und einen Anschluss für ein Pedal. Um mit dem anderen Equipment den DX zu verbinden, haben wir eine USB-Schnittstelle und ein MIDI-Out und In. Die Tastatur lässt sich hervorragend spielen. Durch die kompakte Bauweise, die zwei Lautsprecher und den Batteriebetrieb eignet sich das Gerät natürlich auch hervorragend für den mobilen Einsatz. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Den Reface DX und die komplette Reface-Serie haben wir hier im Music Store Antes bereit. Kommt vorbei und testet selber. Wir freuen uns auf euch. 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 Untertitelung des ZDF, 2020